So, okay. Schöne XP-Farm, ich komme. Der Mixer macht das Fuel aus den zwei Sachen. Was macht Inside? Ich schwank dich. Warte, wegen Luka. Okay, ich komme nach Hause. Ja okay, das geht doch schnell bei dir. Glaube ich. Willst du mal meinen Keller sehen? Meinen Folterkeller? Den Folterkeller brauche ich gerade nicht, ich brauche einen. Ja, ich gebe dir alles, wenn du die Idealen schaust. Okay. Ciao. Da, hier in die Richtung kommt dann die Garage hin, aber die trotzdem... Das ist ziemlich mindshifty und storageig aus, ja. Willem, schau. Ich zeig dir den Plan. Schau, dahin mache ich mein Storage. Dahin kommt mein elektronisches Blödsinn. Dahin kommt dann die Garage, aber in welche Richtung sie kommt, weiß ich nicht. Deswegen mache ich dann nicht weiter. Okay, wo ist das eigentlich? Warte, wie dumm habe ich das gemacht? Oh. Erst jetzt habe ich kapiert, dass die Farm halb so groß sein kann. Okay, jetzt muss ich diese ganze Farm in eine Box machen. Kannst du... Kannst du Stell machen? Warte, ich mache es lauter. Äh... Kannst du es? Warte, ich mache es lauter. Äh... Ja. Ich bin glaube ich jetzt unter deinem Haus. Willem. He... Du... 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 Ich mache jetzt Grillpatschen. Ich habe noch mal einen Sprinter für eine andere Zagrido. Das ist cool, ich habe einen Technikkeller Er ist gleich einfach unter deinem Haus. Soweit habe ich mein Keller. Was? Wenn ich weiß, wie viele Dimensionen magst du, dass es unter meinem Haus ist. Au, Nicola! Ich kann nichts dafür, dass ich so viel Platz brauche. Trotzdem mit Durability. Also wirklich, ich will... Nee, nee, es ist eigentlich nicht unter deinem Haus, aber es ist ja nah. Okay, ich gehe jetzt dann einfach an. Sogt's? Also ja. So. Jetzt versuche ich alles... Oh, ich gehe wieder in meine Höhle. Anderem Shader. Mal sehen, wie alles aussehen wird. Ach so, ja, ich... Hey, hör auf. Ah, jetzt habe ich dir einen Schaden gegeben. Ja. Fett ist weg. Zum Glück habe ich viel Essen. Ja, inzwischen ist das kein Problem hier mehr. Du. Ach, egal. Nimmst du auch? Zwei, vier, sechs, sieben, acht. Acht mal sechs. Acht mal zwei. Als ob sich in Cyclops gespawnt hat. Ich habe Glowstone. Ich habe Glowstone, ja. Kannst du in meine Chests schauen. Das ist so unpraktisch, dass dein Eingang von mir wegschaut. Ich habe das gerne. Äh, Luck of the Sea und Sharpness, das brauche ich alles nicht. Benni, kannst du irgendwas enchanten, das ich shuffeln kann? Inside 3, Holding 2 und Leech 1. Inside 3? Ja. Ist das das mit 30 Level? Ja. Enchant das unbedingt. Geh in die Blaze Farm und hol die XP. Aber es gehört an mir. Egal. Dann kannst du... Das ist eine der besten... Das ist auf was ich gewartet habe. Frag mich was Falsches mit der Farm. Wieso arbeitet die nicht? Die sollte eigentlich funktionieren. Welche? Ja, die. Die automatische Pumpkin-Farm. Weil noch ein Schleimball fällt. Ich... Selbst das habe ich repariert. Selbst das ist fertig. Aber die wachsen einfach nicht. Und die machen keine Pumpkins. Schau, wenn ich da runtergehe. Die... Die Pumpkins... Die... Die... Die funktionieren 100%. Die hier aber, die machen gar nichts. Ich werde an einem anderen Tag die Farm verändern. Warum höre ich im wütenden Blaze? Was ist der Unterschied zwischen einem wütenden und einem nicht wütenden Blaze? Man hört keinen Unterschied. Der hört sich gleich an. Ich höre einen Unterschied. Bei der sind gerade Feuerbälle. Aha, das sind Scorcher. Benni. Scorcher ist in der Nähe okay. Ich sehe ihn aber nicht auf dem Mini. Ich habe so das Gefühl, dass diese Welt überfüllt mit Fortresses ist. Ja, sie ist so. Allein... Allein, wenn ich auf die Mini-Mits schaue, sehe ich schon vier Fortresses. Sciss. 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 Genau. Was ist eigentlich noch mein Dramkrix? Dramkrix, das ist dieser Untergrund-Lila-Nestegosaurus. Ah, die... Ich kenne niemals die Namen von denen. Von denen, die Untergründen sind. Der sich anpasst an die Dunkelheit oder an die Helligkeit. Es funktioniert bei dunklen Sachen. Also wenn Sachen zu dunkel sind, dann passt er sich daran an. Aber wenn Sachen zu hell sind, dann passt er sich nicht daran. Nur wenn es zurück zur normalen Helligkeit ist, dann passt er sich schon an. Nur normale. Heller als normale Helligkeit geht nicht. Und was ist normale Helligkeit? Wenn du auf Gras-Blocks schaust, der von der Sonne bescheint ist. Wow. Ich bin gerade bei 16 Level. So, jetzt habe ich etwas bessere Piers. Willim? Hm? Wofür sind die Netawarts nicht hier bei der Farm zuständig? Oh, Dekoration. Und manchmal... Okay, also kann ich da bauen. Nein, 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 Benni. Denn manche... Die wachsen ja. Und manchmal, wenn man nicht den Blaze hittet, sondern daneben, dann hittet man den Netawart und dann farmt man unabsichtlich Netawart. So als schöner Bonus. Warte, es gibt einen Soul-Fient im Crystal. Ist der Soul-Fient-Crystal neu? Nein. Hä? Was droppe? Soul-Fient? Das war dieser... Ich denke Highlight Slicer. Okay. Ja, jetzt ist Karot die Nummer Karot. Jawohl. Und das ist ein Tüten der Squatch, ha? Und das ist ein Tüten der Flügel. Musik 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 Schaukel und Hex. Willem? Soll ich dir von etwas erzählen? Weißt du nicht magst? Willst du was wissen, was in Divine RPG existiert? Was? Wahrscheinlich weiß ich's. Tomaten. Ja, ich weiß. Wie werde ich dir zu füttern bringen, solltest du irgendwann im Wald was benutzen? Weißt du, damals gab es sogar Mini-Pizza, wie man aus White Mushroom und Tomaten macht. Und Weizen. Die gibt's nicht mehr. Wie weiß? Die Mini-Pizza. Hast du nie gegessen? Ich schon, weil ich 1.5 gespielt hab. Komm Willem schlafen. Okay, ich hab die Pumpkin Farm in eine Box eingeschlossen. Ein anderes Mal mach ich's schöner. Das hast du auch mit meinem Haus gesagt. Hä, mit deinem hab ich gesagt vielleicht. Bei dem hab ich nicht vielleicht gesagt. Will ich mal das Portalhaus bauen? Hm, das Portalhaus will ich schön haben, aber auch mit der richtigen Größe. Also weiß ich noch nicht, wie ich es bauen werde. Verstehst du? Also bleibt das für mein... Mächtig und schön haben. Machen wir es in die Höhe? Verstehst du? Ja, es wird in die Höhe. Ich würde es vielleicht sogar so Fortristic machen. Und dann vielleicht hier so eine Extension, eine kleine. Und ja. Ja. Also ich bin mir noch nicht sicher, wie es aussehen soll. Deswegen hab ich's noch nicht gebaut. Es, es, es ist schon sehr viel Inside zu haben. Ich hab fast mein Level durch. Ich hab fast mein Level durch. Das funktioniert immer. Dingelingeling. Welches Level? Weiß ich. Weiß ich. Ich hab nämlich viel Level verschwendet. Unnötige Bücher zu. Nein! Ah, ich hab mein One-Hit. Gemisst. Ich weiß es nicht. Von Divine. Ja, wir haben eine neue stabile Version für Divine gefunden. Noch eine stabilere? Imashi, oder? Die ist eigentlich genauso stabil, aber... Sie ist genau gleich stabil. Aber hat ein bisschen Upgrades. Ja, sie ist ein bisschen neuer. Ja, Timo hat's nicht. Ja, du hast sie nicht. Du musst dir sie runterladen von... Komisch. Ich würde... Ich würde so'n, ähm... So'n Ding, äh, richtig cool finden. Das so wie Curse of, ähm, Binding ist. Nur, dass du's nicht aus dem Inventar legen kannst. Und auch nicht beim Tod verloren geht. Doppel... Also... Doppel... Doppel gemoppelt. Sharpness 3 wär' nicht schlecht. Was? Nein. Sharpness 3 willst du nicht. Du willst... Schna... 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 Ich bin da... Ich bin da... Du kannst nichts abbauen. Ich bin da... Du hast halt... Ich hasse den Kopf nicht drehen zu können. Ach so... ...das war, weil ich... äh, die neue Welt... Ich habe Flame als Möglichkeit bei Level 30 jetzt, nachdem ich Schatten ist rein. Naja, kann passieren. Das ist immer so. Und Timo, deine Stimme hat gerade richtig gelangt. So, okay. Level, hart. Ich sehe ein Blutgym. 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 Warte, wieso sind... Wo sind alle Bücher aus der Chess, die ich reingegeben habe? Benni? Sorry. Ach. Sie ist in meinem Haus, in meiner Garderobe. Nico. Oder irgendwo. Such einfach meine Kisten ab, auch in meinem Schlafzimmer. Okay. Ja, da sind sie. Okay. Eine ist wieder. Okay, das ist ein bisschen komisch, wenn die Lightways durch das Haus gehen. Was? Das Gemeinschaftshaus hat ja Fenster von einer Seite auf die andere und durch die Fenster, durch das ganze Haus also, gehen die Lightways. Okay, das ist lustig. Ich weiß nicht, wie sie so genau anziehen. Okay, Schachters 3. Ich weiß nicht, wie sie so genau anziehen. Ich weiß nicht, wie sie so genau anziehen. Okay, Schachters 3. ich muss langsam anfangen du mir das zu merken langsam anfangen dir etwas zu merken ich im training ok jetzt habe ich Schattnis 3 auf meinem Schmerz ok ich habe eine Gitarren, Schatz, das ist ok und Timo, kannst du dich schon bewegen? nee naja wer will ich habe Golden Horse Armor ich meine Garderobe ja ich gib's denen deine Garderobe ich glaube meine Garderobe wird so das Lager sein für alle wichtigen Items also naja die ich jetzt besitze Benni du bist ein schlechtes Freund du lässt deine Garderobentür offen wow ich mach das auch generell mit meiner Haustür du bist auch kein Problem hahaha ich bin zugemacht was ok das war irgendwie dumm Jetson mal sehen ob ich oh schade fast aber ich habe gehofft dass ich jetzt mit Schattnis 3 sogar kein Grid machen muss um äh zu machen aber ich muss noch immer ihr habt noch ein bisschen helfen wenn ich sie normalen schlage wel was die Mops die Mops klar wie was willst du denn One Hit ja mit mit dem Terran Maul muss ich Crit machen das ich One Hit verstehst du hm hm h Das macht doch 15 Schaden, warum glaubst du mit ein scharfenes 3-Hip funktioniert? Das macht nur 3-Hip damit schwer. Beziehungsweise 3,5. 3,3 Viertel, Benni. 3,3 Viertel. Die haben eben noch so 3 oder 4-Hip übrig. Okay, genug kühlen. Mal sehen, ob irgendwelche in Auslegung ist. Das kann ja wirklich passieren, Timo. Aber ja, jetzt kann sich Timo bewegen. Das ist schön, ja. Bist du jetzt 1 cm vorm WLAN-Router? Nein, bin ich nicht. Haha, ca. ganze 2 Meter. Uff. Nein, Krupa! Nein! Bist du tot? Nein, ich bin nicht tot, aber unsere Enchantment-Chest ist kaputt gegangen mit ein paar Bücherregalen. Ist das gut? Ich war gerade beim Enchanten. Also schauen, was zu Enchantment sind und so. Und dann kommt ein Krupa. Deswegen sollte ich das Haus endlich einmal fertig bauen. Das ist, was ich dir die ganze Zeit sage, aber du und mich doch nicht. Nein, ich muss zuerst Straßennoppen machen. Ja und, aber das machst du erst, nachdem du die Straßen vergrößert hast. Nein. Doch. Nein. Doch. Dann mach ich keine Straßen, wenn. Hm? Was sagst du davon? Denk dich dazu, Minion. Du, Jungmin. Jetzt, das ist ein Jungmin. Ein Jungmin. Ah! Ah! Abzu! Ich musste miesen. Gesundheit. Danke. Wie viel Durability hat ein Real Might Shield? Ein 3. Warte, ich kann dir sagen. Äh, 1200. Warum... Warum... Warum ist... Hä? Warum hat ein Ale Might Shield genauso viel? Ich hab grad mir einen einen gemacht. Und ich bin mich jetzt gescammt. Vielleicht ist der Damage Cooldown heute ein bisschen kleiner. Wow. Bei Mobs hab ich da eh keine Sorgen. Ich hab eine Kartoffel vom Zombie bekommen. Das ist... so unnötig wie... Leckerkuchen. Weiß nicht, was das ist, aber... Leckerkuchen. Benni, du ergibst wenig Sinn. Genau, das ist auch mein... Sinn. Hinter allem. Hinter Unge. Also... Ja... Hintern Unge. Boah, alles, was ich gerade mache, ist... irgendwas enchanten und dann XP-Farm. Enchanten, XP-Farm. Ist auch schlau. Ich hab Flammo Knockback 2. Schön. Haltig. Hast du noch ein Buch? Nein, Benni. Hast du noch ein Buch? Hast du noch ein Buch? Nein. Ich muss Eisenstiefel holen. Ich zerstör deine Röstung irgendwann. Du bist machtlos. Pech für dich, ich hab dir einen Stiefel gemacht. Der ist bedrohlich. Also, mal sehen, was kann ich bekommen. Soulbound, Fire Protection, Protection. Okay, ich hol mich den Soulbound. Dafür muss ich wieder XP-Farm gehen. Abonnieren. Abonnieren.